Was macht ihr, wenn ihr nicht gerade auf der Eurobike seid? E-Jobass ist, of course, Training. Natürlich nur BMX fahren. Trainieren. Wettkämpfe fahren, reisen. Ich verbringe viel Zeit mit meiner Familie. You'll probably find me either on the streets, my trials bike or in the hills. Beende den Satz. Ein Tag ohne Fahrrad fahren ist wie... Erholung. Ein Tag ohne BMX ist ein verlorener Tag. Day without riding bikes, I'd say it's a boring day. Es ist wie Kuchen ohne Schlagsahne. Wenn du einen Tag jemand anderes sein könntest, wer würde es sein? Ich würde gerne mal einen Tag John Wick sein. Eigentlich bin ich happy mit dem, der ich bin. Ich bin ein großer Fan von Lindsey Vonn, der Bull-Athletin, und sie ist eine Powerfrau. Wenn du einen Supercross-Track gehst, jemanden wie Eli Hallmark oder Ken Rockton. Ich wäre super gerne mal einen Tag lang ein Bergfahrer. Masse-Kette. Ja, definitiv dieser Mann. Ich meine, er lebt die Rocks alive.